Moinsen zu alle zusammen, Hüte ist am Start mit Assassin's Creed 3 und es wird weitergezockt an derselben Stelle, wo wir aufgehört haben, wo gerade die Banditen nochmal rauskamen und wo wir die Schatztruhe für Wilhelm Johnson, glaube ich für Wilhelm, retten und Charles und noch irgendwann ist dabei. Ich habe den Namen vergessen und weiter geht's. Gleich mal da hochklettern hier. Ich mag überhaupt nicht die Leute, die hier die ganze Zeit schießen. Was ist das? Was ist das jetzt alles, oder was? Alter, Alter. Junge, krassig Junge. Man spielt nicht und man schießt nicht den Hütte an. Oder lieber helfen, Mann. Wir schießen euch an. Na ja, wir müssen noch plündern, bevor wir hier aufreiten, weil ich würde gerne das ganze Geld noch haben. Aber die Kampfmusik ist immer noch da. Habe ich irgendjemanden vergessen oder so? Habe ich jetzt wirklich irgendjemanden vergessen? Leute? Ah, auf dem Dach, ah. Deswegen ist die Kampfmusik immer so gut da. Alter. Ich bin extra weggerannt. Dung, 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 Dung. Hoch. 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 Und Pimps. Welche blamabe Leistung? Wird's nämlich verarschen, Junge. wer hat es gesagt wer will abgemöchelt werden ich glaube keiner von euch na scharf was geht ja ich hoffe dann sind wir mit unserer mission fertig wenn er möchte dass ich bei ihm bleibe oh dein gesicht ist ja viel mit blut spritzt mein freund bitteschön habt dank master kenway master sagt mir was ihr benötigt die bilder auf diesem amulett kommen sie euch bekannt vor habt ihr so etwas vielleicht bei einem der stämme gesehen es scheint von den kann hier in kehaka zu sein könnte es einen bestimmten ort zu ordnen ich muss wissen wo es herkam mit meinen forschungen vielleicht mal sehen was ich tun kann thomas was miete durch ein zimmer wir werden wohl eine weile hier sein ich glaube in der zeit kann ich mal die mission für für dings machen was ist mit dem fortschritt passiert ah weil ich mich nicht sneaky angeschlichen habe sicherlich da kriege ich wahrscheinlich meine neue mission wir suchen erstmal die seiten für benjamin franklin dann schließe ich mich ja weil ich wollte die ganze zeit suchen schon ich suche mir jetzt auch einfach mal ich weiß nicht wo die seiten versteckt sein sollen oder wer die auch hat irgendwie wird mir irgendwas angezeigt wenn ich hier drücke kann man sehen missionen geschäfte sammelbares so was für eine mini karte habe ich auch nicht alles ist ein versteck schon mal pfeilen ich bin ja gespannt wo diese wo diese seiten sind weil die stadt ist ja schon sehr groß hier ich glaube ich werde mir mal was ist denn jetzt los was geht denn jetzt hier ab oder warum werde ich so langsam ja aber was ist denn das was die ganze zeit um meinen körper so schwebt renergier ich da gerade neu oder so erstmal hier oben schauen wir müssen erstmal hier oben ich habe es gerade gesehen dass sie auch wachen aufpassen dass sie nichts falsches machen im prinzip müsste ich mich mal wirklich hier sneaky vorbei schleichen oder Todessprung A oder AT lass mal hier mal ein bisschen umschauen ich muss die seiten ja finden machen ruhig ne alter denkt ihr ich kann auf den baum springen wollen wir es ausprobieren nach dem baum kann ich schon mal nicht springen aber springen wir einfach runter Benjamin Franklin Dinger ich weiß auch nicht wo die sein sollen ich weiß es wirklich nicht ja mit er würde ich hier drücken hier Missionen Todessprung versteckte animus daten sechs prozent des spiels haben wir schon Egal gehen wir mal wieder zu schwarz und machen da die mission weiter weil ich weiß wirklich nicht kann sein dass wir schon die emissionen total verkackt haben mit benjamin franklin ich hätte es aber gerne gemacht und gerne ihnen geholfen ich glaube das war der typ mit der elektro Benjamin Franklin war ja der typ mit der elektro Theorie kann ich sagen der die elektrisität klopp erfunden hat oder aufgestellt hat Dächtig mal jetzt nichts falsches sagen und ja der nächste auf der Liste gleich mal starten guten Abend guten Abend Schaumann noch bitte Charles ihr werdet ihn bald mögen oi Kathrin altischer Bracke hier mit dir Papa braucht ein Drink wie läuft eure Suche Mathematik und Karten reichen nicht eure hiesigen Kontakte wir müssen ihr Vertrauen gewinnen bevor sie etwas preisgeben ich wüsste was was denen auf die Sprünge hilft es gibt einen der besonders kann entjahner was kraft befreit sie dann schulden die uns was wisst ihr wo sie sind fürchte nicht Benjamin Church aber er ist ein sehr patenter Mann und er steht auf eurer Liste und ich fragte mich gerade wen ich als nächstes anwerber wohl an Charles du Schlaffuchs und ehrlich gesagt ah ihr sitzt da ich hab gedacht der macht jetzt nur mit der alten Scharabacke rum Alter der hat aber was gesoffen der Typ der war dicht ah das begleicht die Frau damit anzumachen und die hat ihn vorhin den anderen Typen du Lügner genannt garantiert ein Rachetrip von der Frau wir sind wieder an einer komplett anderen Stelle was sage ich euch wir sind wieder irgendwo anders gelandet ich weiß nicht ich mag die Tune nicht immer wenn ich raus gehe bin ich nicht auf der Straße wo ich sein würde ich bin immer woanders aber egal das ist ja wahrscheinlich der Animus was der Chirurg der Chirurg hallo 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 wunderbar von ihnen wir sind wohl nicht die einzigen die nach Mr. Church suchen Mist er könnte überall sein was tun was tun wir jetzt ihn finden kommt ich zeige euch wie das verwirrt das verwirrt mich jetzt mal richtig das verwirrt mich jetzt mal richtig Benjamin Church Nachbar untergetaucht belauschen nicht tödliche Waffen ja wie machen wir das jetzt so am besten was ist das denn der französische Kommandant wir schreiben was wir sollten uns nicht einmischen auch wenn es mit guten Absichten geschehen aber wenn ihr es gesehen hättet sie waren sicher betrunken so wie sie sich aufgeführt haben am helllichsten Tag und erhört ist bei einem Gefecht mit königlichen Truppen im Ohio Territorium was wenn sich die Ass in das Gegner ins Geld führt ah ok bewegnisse sich zu den zwei Zivilisten ja ah bisschen untertauchen oder was ist ein Pfeifen was auch eine wahrhaft schändliche Vorstellung Benjamins Eltern werden sicher entsetzt vielleicht sollte ich jemanden schicken der ihn holt bevor er seinen Hof voll und ganz ruiniert Richtung Nordosten sind sie getaumelt bestimmt zu irgendeiner Spelunke oder anderen verrufenen Orten befragt zuerst die Leute auf der Straße ich suche mir etwas Höheres das heißt wir sollen hochklettern und einen besseren Ausblick verschären wahrscheinlich suchen wir ihn jetzt mehr oder weniger würde ich jetzt sagen suchen wir etwas Höheres entweder hat er gesagt entweder meint er damit eine höhere Position oder es heißt ähm ähm ah der drüge muss ich hin oh das war knapp jetzt ja können wir jetzt hier auch sneaky langlaufen oder sowas muss auf den Kirchturm anscheinend könnte ich ihn irgendwie töten könnte ich ihn irgendwie töten Schöße 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 Ich muss mich jetzt hängen lassen oder sowas Hängen jetzt runter der muss jetzt wirklich zu der Glockenspitze oder was das ist ja schon krass ey muss ich sagen boah ich hab Höhenangst ey wirklich in den Spiel ja New South Meeting komm hoch damit ich kann ihn schon mal nicht hoch ich kann mich nicht am besten hoch ich kann mich nicht am besten hoch ich glaub hier vorne am besten oder ich kann ja jetzt nicht einfach hoch wenn diese Wachen da sind ich kann ja jetzt nicht einfach hoch sondern was will er denn wir sind grad in Alter mach nen Ruhchen Frau ich muss grad hier hoch um einen besseren Ausblick zu erreichen ich hab den Verstand nicht verloren ich bin eine Assassine ne schon mal hier oben wenn man jetzt schon mal so runter guckt krasse Schöße ok dann helfen laufen wir höher hoch mal auf die Spitze ey dann haben's doch nicht mal alle nein B Krasse Schöße ich glaub das steht ja nur mit einem Fuß da drauf dann hör ich mal zu mit ein bisschen Glück da ist einer von denen wo Benjamin ist was 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 A R und R T und A und L in die Richtung Nein es tut mir leid dann hör ich mal zu mit ein bisschen Glück da ist einer von denen wo Benjamin ist ja ich sollte eigentlich hier in den Heuhaufen runter springen und ja es ist natürlich jetzt nicht so geklappt aber auf jeden Fall R und AT können sie auf jeden Fall mal ausprobieren das nächste Mal ja wir werden es auf jeden Fall das nächste Mal ausprobieren wenn wir sowas synchronisieren aber das ist grad grad totaler Fehl weil ich nicht wusste wo ich genau was hier nach hinten geklappt habe und komm ich muss ja nicht was ich da jetzt mache diese Gegend ist wirklich hart heruntergekommen allerdings man trifft nur noch Gelumpf und Gesocks auf den Straßen gerade heute bin ich wieder welchen begegnet erzähl unten bei der Kirche ein paar Männer hetzen vorbei als einer von ihnen plötzlich zu Boden fiel und schmerzen ich überleg dir noch ob ich ihnen Hilfe anbiete aber so die mit reinblicken ist ich das lieber sicher besser so das sind nicht die Leute mit denen man sich anlegen will die kunden vorschl внashchätzen ah ok eine patrille Gruppe Wachen belauschen eine kleine ok ihr erhaltet sogar meine berühmte einwächige Garantie zu eurer vollsten zufriedenheiten was geht mit euch ab hier verfolgt ihr mich oder was Ja, was soll ich denn jetzt machen, Leute? Typ Lotion oder was? Ja, und wie mach ich das jetzt so? Hä? Ja, das weiß ich auch. Britische Soldaten. Britische Soldaten, ja. Benjamin Church. Aktuelle Einträge, Britische Soldaten. Synchronisation. Kampfskills 21. Kampfskills, könnte ich irgendwas machen? Ach doch nicht, okay. Ach so, das ist nur runter und runter. Eine Patron... Keiner belauscht und scheitern. Ja, aber wie belauscht ich die denn jetzt so? Oder war die da drüben? Ey, ich weiß es wirklich nicht, ey. Jetzt wird ja auch diesmal gar nichts angezeigt oder sowas ähnliches. Da drüben ist eine kleine Gruppe. Man hört, die Piraten und Wegelagerer sind angenehmer als die friederträchtigen Schlavenräuber. Auch heute hier. Ja, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Hm, die haben ja schon keine Lust zu reden. Dann muss ich noch eine andere Gruppe von Animus, die Trüpperei. Jetzt brauche ich nur so eine Gruppe von Wachen, um die Leute oder um die Typen zu belauschen. Hier. Das geht jetzt gar nicht so, du wirst. Hm. Da ist nur eine Gruppe, die wir belauschen könnten. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh leurокah. Was gaffen die alle so? Kriegt man denn hier keine Momentum? Er ist hier zuhause, denn all meine Preise sind geschenkt. So. Da sind wir auch mal diesen Part mal fertig. Und wir werden da weitermachen, wo wir aufgehört haben, diese Typen zu belauschen. Und Leute, schaltet wieder ein, wenn es heißt Hüte beim Belauschen bei Assassin's Creed 3 und viel Spaß. Tschaußen!